Das ist nicht wie Party. Finde den Toad, der anders tanzt als die anderen. Hey Mann, also, wir spielen ein Spiel. Einer muss dem anderen was geben. Nö, ist das das Schicksalsfeld? Oh ja, es ist das Schicksalsfeld. Ja, aber Luigi, ich bin mal bitte ein Stern. Mario, du gibst ihm was ab. Und du gibst ihm was ab? Zwei Sterne, aber er hat doch gar keine. Ja, du hast keine Sterne, du bist voll ein Loser. Und jetzt? Nichts. Nichts. Warum freut er sich dann nicht? Was ist dein Problem? Mario, was ist dein Problem? Hätte er auch was bekommen können, wenn er gut gewesen wäre. Würde ich da drauf landen, meine lieben Freunde. Ich sage euch, was passieren würde. Ich würde mich wählen, weil das irgendwie mal passiert. Du kannst den ersten Time aber. Der Erste, der was abgeben muss, wahrscheinlich. Dann bekäme ich Luigi wahrscheinlich. Und dann bekommt er zwei Sterne. Das ist immer so. Sie ist nicht so schwarz. Siehst du, du kriegst sogar Geld, wo wahrscheinlich keins drauf ist. Ja, wahrscheinlich drei Münzen oder so. Fünf Münzen, sag ich doch. Ist doch gut. Ja, nein. Davon kannst du mir keinen Stern leisten. Du könntest auch nur drei bekommen. Jetzt kommt Luigi mit seiner Kackglocke und dann nimmt er mir alles weg. Ich weiß es doch genau, wie es hier läuft. Er hat sogar zwei Glocken. Ich weine gleich. Das gehört sich für einen Mann, zwei Glocken zu besitzen. Ich nehme mein Doshi nicht weg. Ach nee, ich weiß. Ich nehme einfach zwei von Tani. Wario könnte man Münzen stehlen. Das wäre schlau. Du hast das safe. In der Chaos Kabuff. Jetzt geben wir den Puff. Unfassbar. Nein, Kabuff. Einfach unfassbar. Oh nein, das ist ein Merkspiel. Oh, ich hasse sowas. Eigentlich mag ich sowas, aber ich bin trotzdem schlecht. Die Toads haben die Items aus den Regalen geworfen. Bringt die Items wieder an ihren richtigen Platz. Ist da jeder alleine dran oder muss ich mich um die anderen prügeln? Nein, jeder ist allein dran. Okay, okay. Also bewegen mit der Hand, Item nehmen, Item ablegen und Vorhang öffnen und Vorhang schließen. Wieso? Das ist, damit die anderen nicht spicken können. Hä? Also wenn du fertig bist, dann kannst du den Vorhang schließen, damit keiner spicken kann, dein fertiges Ergebnis. Das ist für, damit ich dich gucken kann, was du genommen hast am Ende. Ach so, also jeder macht das für sich allein oder wie? Genau. Ah. Und aber wenn du fertig bist, machst du mit Z den Vorhang zu, damit niemand spicken kann, was du machen kannst. Und dann bin ich fertig. Genau. Also ich mach zu, wenn ich fertig bin. Genau. Weil dann kann keiner mehr spicken. Jetzt hab ich nicht aufgepasst, wo was ist. Okay, ich muss glaube ich raten. Oh ja, ich auch. Okay, ich muss gucken. Aber ich nehm das einfach, oder wie? Ja, du nimmst A und dann legst du es da hin. Und krieg ich Punkte dafür, wie viel ich richtig habe? Genau. Am Ende. Okay. Leg doch ab. Danke. Danke. Ich weiß wirklich nicht mehr. Keine Ahnung, Mann. So. Also ich glaube, die untere Reihe müsste ich richtig haben. Die habe ich mir noch gemerkt. Und den Rest nicht mehr. Okay. Okay, ich habe es eins vertauscht. Verdammt. Und wer hat natürlich gewonnen? Wie unerwartet. Ich habe die obere Reihe komplett geerraten. Aber du musst jetzt sagen, das Spiel war gut, oder? Das ist nur ein Merkspiel gewesen. Du kannst jetzt nicht sagen, das Spiel ist scheiße gewesen, weil es schlecht programmiert ist oder es scheiße ist. Das war einfach nur ein Merkspiel. Er bekam das Skelettschlüssel. Das sind wir alle glücklich. Wir lieben alle Kingdom Hearts. Einfach nein. Ich freue mich darauf, dass ich würfeln kann. Vielleicht passiert mir irgendwas Gutes. Du hast mir noch einen Bosa-Anzug nehmen, womit du was stehen kannst. Ja, aber hier ist niemand. Ich bin völlig allein auf dieser Insel. Weiß ich nicht. Ich bin doch in deiner Nähe, oder? Ach, muss ich eigentlich lang? Das ist eine gute Frage. Das heißt, das ist scheißegal, weil ich sowieso nicht Münzen habe dafür. Also jetzt goh, hier lang. Los geht's. Ja, Mann. Hier bin ich. Willst du was kaufen? Ja, komm. Ich habe sowieso kein Geld. Mit der Geisterwehr kannst du Geister abwehren. Okay, let's go. Damit kann dir niemand was stehlen. Du musst nur Schäffe besiegen. Wieso? Ja, ich besiege einfach Schäffe, okay? Wie soll ich dich besiegen? Einfach in dem ganzen Spiel. Okay. Deshalb kriegst du dir die Geisterwehr. Können mir auch meine Items weggenommen werden. Wie gesagt, es gibt eine Raubtruhe. Können die weggenommen werden? Ich schaue mir das Ganze mal an. Der Stern ist da oben. Ich habe aber kein Geld. Achso, man muss durch das Eis gehen. Stimmt. Okay, dann ist oben lang falsch. Hey, mein Bro. Ich gebe dir mal was Geiles. Ich bin immer noch überrascht, wie hässlich Bause heißt. Ich bin schön, okay. Er ist so hässlich, dass ich ihn eigentlich ganz sympathisch finde. Dank. Oh hey, es hat mal nicht alle müssen 20 Münzen abgeben getroffen. Weißt du warum? Weil ich nur 8 hatte. Hätte ich 20 gehabt, wären alle weggeworden. Wirklich. Weggekommen war nicht. Flusspiraten. Oh nee, das sieht aus, als könnte ja jeder gewinnen. Ja, ist auch so. Ich hasse es. Wieso? Und der wird die meisten Münzen kriegen. Freu dich doch ein. Mein Purzelein, ja man. Ich mach doch gar nicht mit. Also ich muss mich einfach bewegen. Und du... Links, rechts bewegen, genau. ...kannst mich wahrscheinlich dann gegen einen Baumstamm krachen lassen. Ich kann nichts dafür dann. Ich sag doch, mit dem Fuß in die Fresse. Das wird Schäffe sein, wenn irgendwas ist. Das stimmt gar nicht. Oh nein, ich kann mich nicht putzeln. Oh, ich möchte einen Sack haben. Den Sack. Vor allem bin ich ganz, ganz links. Alter, ist das krank. Oh nein, ich komm nicht an den Sack ran. Ich will den Sack. Den Sack. Ich komm nicht an den Sack ran. Ich komm auch nicht an den Sack ran. Ich komm auch nicht an den Sack ran. Ich komm auch nicht an den Sack ran. Ich möchte an den Sack. Nein, ich muss dafür auswählen. Sack. Dankeschön, Joschi. Ich konnte es als Trifte nutzen. Also, wie ist... Ich glaube, ihr gewinnt gerade mehr. Nein, der Sack, ich will doch nur an den Sack. Joschi, hör auf mich zu schubsen, du Arschloch. Ich hab 27 Münzen. Ich hab nur 10. Kriegt jeder 27 oder werden die aufgeteilt? Hier gibt es alle 27. Yes. Kriegst du 10? Ja. Ist doch gut. Ich möchte auch 27 haben. Du brauchst aber keine 27. Guck mal, du hast doch schon 0. So, hast jetzt 10. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Ich kann mir keinen Stern laden. Oh gut, ich bin nicht. Ich bin Stern. Aber... Kann ich mir eigentlich noch so ein Geisterspray kaufen und dafür was anderes wegschmeißen? Nein, ich glaube, das geht beim Laden nicht. Ich bin Vario und holen jetzt. Jetzt kannst du Vario was. Wegnehmen. Gleich. Jetzt. Dann. Nein. Nachher. So ein Mist. Nein. Sagt er gar nicht, oder? In Mario Party 1 sagt er das. Ich weiß gar nicht, ob er das noch hier sagt. Also ich hab's nicht gehört. Ich hab' nicht. Nee, nee, ich glaub, er sagt's nicht mehr. Aber früher hat er immer so ein Mist. Oh nein. Naja, aber ich hab da... Ich geh Geld. Ist auch gut. Ich finde ein Kampfspiel ist immer gut. Gibt's auch einen Pechstern? Es gab einen Pechstern in Super Mario. Nein. Bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt ja keinen Pechstern. Aber es gab einen Pechstern. Und ich muss sagen, den Pechstern hätte ich verdient. Hätte ich, wirklich. Wahrscheinlich. Battle Minigame. Regentanz. Och nö, ich will nicht Pokémon spielen. Ich wusste, dass du das sagst. Regentanz, guter Tacke, Mann. Einfach Donner einsetzen des Todes. Also. Halte deinen Topf unter die Regenwolke und bewässere deinen Schnapf, Piranha. Je mehr Wasser, desto besser. Einfach bewegen. Einfach unter der Wolke sein. Einfach unter diese geile... Weg würde ich meinen, ne? Ich brüche doch gar nicht. Ja, genau. Was ich jetzt auch sagen. Komm her, Wolki, Wolki. Nicht zu Wario. Komm her. Das ist meine Wolke. Aua, ich bin hingefallen. Meine Schnapf-Pflanzen. Mein... Nein... Hallo, die schubsen mich übelst, die kleinen Wichser. Ich möchte auch ein bisschen Wolke. Alter, ist die Steuerung kacke. So kacke finde ich sie gar nicht. Ist schon dreckig. Vor allem komme ich hier gar nicht vorbei. Was ist das denn? Aua. Ich bin auf die Fresse gefallen, Mann. Wolke! Weinst du gleich? Ja. Bitte nicht. Das hätte deine Pflanze sein sollen. Dann wäre nämlich so groß wie dein Schwanz. Alter, ich will das nicht mehr spielen. Neue Münzen. Ich habe alles verloren. Ja. Aber immer positiv sehen. Wie denn? Du hast noch fünf Münzen. Und ich werde meine... Und ich muss meinen Buho nicht verwenden. Das kann mein Buho nicht bei... Also nicht deinen Stern klauen, weil es bringt nichts. Immer positiv. Es ist doch noch gar nichts passiert. Es kann doch viel schlimmer werden. Ich glaube, ob du magst, ist das besser schon. Okay. Ich will schlafen. Es ist noch nicht mal neun. Na und? Ich will schlafen und mich in den Schlaf weinen. Ich will schlafen weinen, während du mich krabbelst, weil es dir leid tut, dass ich so leiden muss. Also wir haben 57 Minuten. Ja, okay. Wir haben es verstanden. Purzel. Was kommt jetzt? Schaukel. Oh ja, das leidt richtig geil. Komm schon, da werde ich gleich... Boah, muss ich gleich fappen, Mann. Ja. Das macht mir Sorgen. Ich will mir einfach nicht. Wie geht das? Steig auf ein Hotte-Hü und komm in die Hufe. Die Gerotten mitten auf der Rennbahn helfen dabei. Also Epona für Arme. Also A, B, wiederholt, abwechselnd. Und was mit Z? Ich glaube, du kannst da schon B auf Z drücken. Aha. Warum sollte ich das tun? Wenn man einen kaputten B-Knopf hat zum Beispiel. Nee, verstehe ich nicht. Okay, kann losgehen. Und ich kann mich bewegen? Nee, nee, ich bin nur AZ. Und du hast eine Ausdauernzeige, denk dran. Wenn die leer ist, hast du nichts mehr. Und ich bin ganz hinten natürlich. Nein, du bist ganz hinten. Und du kriegst dann natürlich den Oberboost und gibst dann ganz vor mein Kämpfer. Ja, Mann. Als ob ich schon wieder leer bin hier. Was ist denn los? Was ist das denn? Das ist ein Boost. Dann kannst du den endlich schnell drücken. Toll. Was gibt es? Ja, genau, Wario, du kleiner Wichskopf. Oh, ist das dumm, Alter. Wirklich. Ich habe noch nie was Dümmeres in meinem Leben gesehen. Es gibt noch eine Karotte am Ende. Also vielleicht gibt... Ja, und wer kriegt die Kackkarotte? Ich hier. Bam, sie wechselt. Die gute Karotte. Nein. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hingefallen bin. Weil du deine Ausdauer überstrapaziert hast. Habe ich nicht. Wie sollt ihr eigentlich alle die geile Karotte bekommen? Du bin es trotzdem. Nein, tue ich nicht. Ich bin Letzte. Weil ich die Kackkarotte am Ende bekommen habe. Die Kackarotte? Die Kackarotte. Das ist der neue Song. Kackarotte. Ja, Mario, ich fühle dich, wirklich. Ich fühle dich einfach. Es sind die letzten fünf Runden. Nein, da war die Last Five Turn. Last Five Fuf. So, jetzt darf ich nicht mal würfeln, obwohl es mir eigentlich am beschissensten geht. Weil du erster Platz bist. Ja, und du kriegst den Minispielstern. Mario. Den Geilstern. Den Ereignisstern. Ich krieg dir mal 10 Minuten, Mario. Den ich habe schon alle Mario Party Teile 50 Mal gespielt, Stern. Du kriegst den Todlieb dich, Stern. Todlieb mich nicht. Ich liebe ihn wirklich nicht. Doch, doch. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Das ist so eine zündere Geschichte, Mann. Nein, ich hasse ihn. Nein, natürlich nicht. Ich bin Mario. Ja, kaufe dir doch einfach deine Scheiße. Ich brauche gar nicht mehr kommentieren. Teddy macht das schon. Wieso denn noch nicht? Ich meine, mir zuzuhören, wie ich rage die ganze Zeit hört man ja gar nicht auf meinem Let's Play Kanal, Kappa. Also in letzter Zeit gibt es irgendwie nur Rage Let's Plays, muss ich sagen. Wird Zeit für was Chilliges. Provocation war was Chilliges. Da habe ich aber auch ein bisschen geraged, glaube ich. Nein, ich habe geraged. Tanzen. Ja, aber das wäre auch lustig. Okay. Yoshi, mach doch jetzt hin, keiner interessiert sich für dich wirklich. Ich glaube, der ist immer noch dort, wo das... Nee, warte mal. Keine Ahnung, wo der ist. Okay, cool. Oh, Yoshi, du möchtest mit mir spielen. Ich bin der Glücksgeil. Gib dein Geld. Komm mit. Wir haben Yoshi nie wieder gesehen. Du hast 136 Münzen. Ja. Fick dich doch einfach in deinen Knie. Also dein Münzstern geht an Yoshi, okay? Ja, ja. Ja, ich würde auch sagen, dein Münzstern geht an Yoshi. Das Problem ist, Buhu nimmt mir gleich den Stern weg. Das macht nichts. Mach jetzt aufs mal nichts. Komm, Buhu dir den Stern weg. Weil Yoshi gleich zu Buhu kommt und mir den wahrscheinlich einen Stern klaut. Oder dir. Das kann auch sein. Nein. Ich habe nämlich ein geiles Anti-Buhu-Spray. Stimmt, er wird mir was. Himmelfahrtskommando. Oh, nee. Doch. Das ist doch geil. Gar nicht. Gar keine Ahnung hier. Och nö, das ist so ein Pumpspiel. Ein Pumpen. Drücke abwechselnd A und B, damit die Rakete aufgepumpt wird. Die Rakete, die am höchsten Flick gewinnt. Muss ich einfach auf mich pumpen oder so wie er pumpt? Ich glaube, für dich. Drücke die Pumpe hinunter, sobald das Licht flackert, um der Rakete die meiste Luft zuzuführen. Ah ja. Okay. Ihr versteht das, oder? A hinunterdrücken, B hochziehen. Wenn es flackert. Wenn es leuchtet, du Geigen. Achso. Los. Wir brauchen mehr Energie. Mehr Energie los, Wario. Furz rein. Never war das gut. Ich habe am Anfang übelst verkackt, weil ich nicht B gedrückt habe. Uff. Also New Record haben wir alle geschafft. Ist doch voll gut. Mhm. Oh, wer hat denn da gewonnen? Oh, er hat das dann erwartet. Niemand. Niemand. Ja, Schiffe. Wuuu. Kann mir jetzt auffallen? Ich habe keinen Lust mehr wirklich. Let's rage. Wir können auch das Display hier abbrechen und einfach nicht hochladen. Wieso denn nicht hochladen? Ich finde, eine Folge geht auch. Eine Folge. Wie gesagt, ich könnte einfach so tun, als würde es nicht existieren. Und das ist doch auch gut. Nein. Ich habe irgendwie Party gesagt, dass ich hier mitmachen. Und dann möchte ich schon zu meinem geilen Board meiner zwei Münzen stehen. Du bist ja noch eine Weile hier. Wenn der Lockdown verlängert wird, dann kommst du sowieso nicht mehr hier weg. Also. Bam, ba-dam. Bam, ba-dam. Yeah, Mann. Geile Musik. Ich fühle sie so sehr. Oh, yeah. Damn, boy. Ja, jetzt noch hier. Geiler Schneeball. Hast du diese Katze schon gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich würde lieber Bowser's Spaziergang fünfmal sehen, als das. Richtig, aber ist okay. Ja, Schneeball, ich fühle dich. Ich liebe mein Leben. Das ist eine Lüge. Ja, Mann. Ich fühle ein Schneeball. Jetzt gehe ich nach unten. Sehen wir aber nicht, wann jemand dort ist, okay? Ich habe Lust, mich so richtig zu befressen, muss ich sagen. Bist du so rückwärts? Ich bin nicht wütend. Ich bin ja frustriert. Ja, also Luigi, du gibst mir einen Stern. Nein. Nein. Einfach nein. Und jetzt nimmst du die zurück, oder? Ja, mache ich auch. Als würde ich mir meinen Stern stehen. Das ist mein Stern. Meiner. Meiner. Weil dein Stern kaputt geht. Ja, und nicht deiner. Ja, komm hier. Gib noch deinen Stern ab, bitte. Alle müssen ihre Münzen. Also, ich bin der Meinung. Ich sollte mal hier ein bisschen was regeln lassen. Denn ich finde es unfair, was hier passiert. Deswegen 30 Münzen mal für Bowser, okay? Die Steuern müssen gezahlt werden. Richtig. Wenn alle was abgeben müssen, dann ist es Münzregen. Ich liebe Münzregen. Die Steuern zahlen sich nicht von selbst. Mhm. Manuichi number one. Manuichi ist gleich dran. Mhm. Ich weiß wirklich nicht, wo der Stern ist. Ja, auch keine Ahnung. Ich gehe einfach hier lang ins Go. Nur jetzt? Äh, keine Ahnung. Mein Gefühl ist sehr, wir gehen hier hoch. Oh, hier bin ich ja. Wooo. Und ich fall hin auf die Fresse. Wooo. Das stimmt nicht. Bin ich hingefallen auf die Fresse? Geil. Wir können uns mal anschauen, wo der Stern ist. Ach, da unten. Okay. Das heißt, ich komme da noch hin. Aber erst mal muss ich was erledigen. Yoshi. Das ist mein Stern gewesen. Ja, was kann ich mir nicht tun, Mann? Yoshi. Bestehlen. Yoshi. Bestehlen. Okay. Dann brauche ich auch mal ein bisschen Geld. Aha, ich gewaltige dich jetzt. Boom. Ich bin ein Meisterdieb. Kaito Kid nennt man mich. Oh, nee. Hör auf so zu tanzen, Mensch. Eee, Fortnite-Dance. So, jetzt kaufst du dir noch gleich den geilen Stern, weil jetzt 50 Milliarden Münzen kaufst. Ja, 10 Münzen. Ja, geil. Einfach. Wenn du nochmal gewinnst, kannst du dir noch einen Stern stealen. Oder einen Stern davor bekommen. Eins versus drei. Geil. Gegen dich? Wahrscheinlich. Felskoller. Wenn das wie die Fire Embleme funktioniert, dann weine ich. Ja, es ist ähnlich. Ja. Toll. Okay, das, was ich machen. Wirf mit Hilfe der Maschine Felsbrocken auf deine drei Mitspieler. Du, man kann es zielen und abteilen lassen. Das klappt doch niemals. Und der Rest bewegt sich. Und wenn sie dich oben erreichen, hast du verloren. Niemals funktioniert das wirklich. Kann ja keiner sagen, dass das funktioniert. Und wie du siehst, kannst du auch mit der Bande spielen. Mit der was? Mit der Bande, links und rechts. Mit der was? Bande. Bande. Andale, andale. Oh, so, ich mach mal hier so. So, hier lang. Bam. Los. Bario, nein. Unterschmeißen. Hi. So, hier, ja. Bam, auf dich. Ja, natürlich erreichst du mich, du kleiner Purzel. Ich bin kein Purzel. Du würdest doch, dass ich die Purzel nenne. Ich bin le Purzel. Ich hasse dieses Drecksgame so sehr. Freust du dich gleich noch auf den Duellmodus? Wir machen nicht den scheiß Duellmodus. Den machen wir auch noch. Den kannst du allein machen. Kannst du meinen Controller nehmen? Ich rede gern mit, aber ich mach den nicht mit. Warum lachst du? Dann brauch ich das Pferd auch nicht hochladen. Ja doch, mach doch einfach. Dann mach ich. Hä, du hast gerade gesagt, du machst das nicht. Ich freu mich, wenn du mich nachher krampelst. Du musst gewinnen dafür. Nein, muss ich gar nicht. Ich kann dir was verkaufen. Ich kann dir was verkaufen. Sorry, ich hab leider kein Geld. Ja, ich hab gehört, du hast Geld. Ich hab fast keine Münzen mehr, aber ist okay. Danke. Jetzt, ich muss das so mega Würfel, ne? Du hast schon drei Items. Ja, wow. Das war jetzt wirklich geil. Ich lebe es. Freut mich, dass du Mario Party liebst. Und du lebst es wahrscheinlich auch noch. Nimm doch einfach deinen geilen Stern. Nimm ihn dir. Warum hast du eigentlich nur einen Stern? Du hattest doch zwei und einen zurückgestohlen. Wirst du jetzt weitergehen? Nein, ich hab nur einen gehabt. Und der wurde mir dann gestohlen. Dann hab ich mich zurückgestohlen. Okay, der nächste Sterne befindet sich... Wirklich. Danke. Danke, Purzel. Und das habe ich nie... War halt einfach so. Yoshi braucht auch eine Chance zu gewinnen. Nee, nee. Ist okay, Toad. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich war gern. Weil es skill-basiert ist. Weil es gel-basiert ist. Gel-basiert ist. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen jetzt Glücksgolf. Also im Golfen bist du gut gewesen. Wir haben wie Sports gespielt und sie waren Golfen echt gut. Ja. Ziele auf das Loch und schlagen den Ball. Der Spieler, der dem Loch am nächsten ist, gewinnt. Oh Mann, ey. Ball zielen, rauf runter, Schlagkraft bestimmen, Arsch schlagen. Das klappt doch niemals. Aber ist okay. Also verstanden mit hoch, runter, dann Schlagkraft. Okay. Wieso muss ich anfangen? Hat die Wölbung was zu bedeuten oder ist das einfach nur... Die Wölbung hat natürlich schon was zu bedeuten. Ich kann es nicht abschätzen, aber ist okay. Ich habe den anderen nicht zu... Jetzt einfach ins Loch. Nee, ich habe sehr verkackt. Danke, dass ihr es abschätzen könnt, wie ihr werfen könnt. Ah, ja, hier bin ich schon. Wow. Er ist jetzt nicht ein bisschen übertrieben. Nö. Du warst näher dran, als ich zumindest. So, jetzt trifft er direkt ins Loch. Gibt es das? Das geht, oder? Das geht schon, ja. Ja. Ich gehe hier ins Loch rein einfach. Ja, genau. Gut, okay, schön. Das geht keinem. Das ist super. Ja, jetzt hoffe ich jetzt nicht mehr dran. Das ist kein Wichser einfach. Ich bin Joshi und Treffer. Jetzt ist das doch rein. Ich bin Joshi jetzt ins Loch. Komm, eingeloggt auf dummlos. Joshi, ja Mann, Joshi. Joshi, hast du das geschafft, oder was? Ich verstehe die Gravitation nicht. Die kriegen einen richtig großen Schub. Haben beide 1,70 oder hat Joshi gewonnen? Ja, beide haben 1,70. Und es gibt Unentschieden, deswegen gibt keiner Geld. Gott sei Dank. Wieso gibt das einen Draw? Keine Ahnung. Ja, sorry. Noch zwei Runden. Warum? Warum? Was habe ich in meinem Leben getan? Schneeballwerfe. Und dann sagt Cheffe noch sowas zu mir wie, Weißt du, Taddy, ich habe mir immer eine Freundin gewünscht, mit der ich Mario Party spielen kann. Aber wenn du es nicht willst, dann ist das okay, wir machen das. Das sage ich nicht. Doch, das sagst du. Und dann denke ich so, ja, ich will die perfekten Freundin sein für meinen Cheffe. Das sage ich voll nicht. Und dann, ja, ich wollte auf jeden Fall runter. Ist scheißegal, ich habe sowieso nicht aufgepasst. Wir wissen eh nicht, wo der Stern ist. Er ist bei Joshi in der Nähe. Wie lange? Ja. Ja.